Hallo, mein Name ist Kenta Uno. Hallo, mein Name ist Shino Saito. Wir spielen im Rahmen des Chinese Start-Top-Concerts am 3. März, 19 Uhr, in Pogia. Wir spielen Differente Wiederholung Drei von Berhard Blank für Flüte, Cello und Akkordeon. Drei Instrumente haben eine total andere Klänge, deswegen ist es schwer, eine gute Mischung zu finden. Aber bei diesem Stück ist dieser eigentümliche Klang sehr effektvoll verwendet. Ich spiele Flüte, aber ich mag tiefe Lagen. Meine Stimme ist nicht so hoch, deshalb passt es mir gut. Für mich, Cello ist normalerweise ein Instrument mit gutem Sound, gutem Vibrator und singend Charakter. Aber bei diesem Stück wird es viel anders verwendet, mit viel Colet Neo oder Ponticero. und es wird so viel Fäßig gemacht werden. Also ist es normal. Colet Neo, mit Halle, ohne Halle. Und dann? Ich spiele. Und dann? Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Wir wollen uns atmen. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Vielen Dank.